das erste woran ich halt wirklich so bei sowas wie so ein schützenfest denke ist halt wirklich ob da sind wir da irgendwelche leute die einfach nur einen grund haben sich zu besaufen und grund haben wollen ach da sind meine katzen kommt ja immer wieder rein in die burg es ist kalt hier draußen kommen wir mit kommen wir mit in die katzenburg hier sie folgen mir alle so knuffig ja kauf katzen bis sie alle in deinen herr straxen so knuffig ja da werde ich von so und so ein thema wie irgendwelche feste und alkohol gleich wieder abgelenkt auf auch kommen wie niedlich auch guck mal wie flauschig ja vermute halt teleport katz 3 ach ja ach ja ach ja so ist das so habt ihr gesehen wie schnell gelaufen ist zack 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 mit dem schwert hier ihm sagen ja hier soll sich hinsetzen hinsetzen ähm hinsetzen nicht gegen die kiste laufen hinsetzen du hier hallo 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 so na so wächterkatze hier kommt doch nicht rein sehr schön gefällt mir bin ich ja froh dass meine katzen wieder da sind ich wollte immer noch den ofen und kartoffeln abholen blöd noch so ein thema worüber ich mir mal so ein bisschen gedanken gemacht habe ist tatsächlich die menschliche evolution in zusammenhang mit der natur oder generell der mensch und der einfluss auf die natur ich weiß nicht genau wie ich das beschreiben soll jedenfalls habe ich mir jetzt ein paar gedanken dazu gemacht zu dem wie sich der mensch auf die natur auswirkt und ähm hier bin ich zu einem interessanten schluss gekommen in vielen wenn nicht sogar sogar die die meisten fälle in denen sich der mensch in die natur einmischt entstehen dadurch viele negative aspekte ne nur mal so als beispiel flussbegradigungen ne es gibt ja flüsse hier werden äh künstlich begradigt für keine ahnung mehr bauplatz zu schaffen an bestimmten orten oder hast du nicht gesehen und äh in folge dessen gibt es dann dadurch dass halt in diesem fluss halt mehr wasser fließt oder schneller das wasser durchfließt dann an anderen orten öfter mal überschwemmungen oder etwas in der richtung ne oder es werden teilweise künstliche flüsse angelegt und hast du nicht gesehen ne und das hat halt auf kurz oder lang auch auswirkungen auf ähm die natur ne also halt dass dann die natur sagt ja ne also irgendwie muss jetzt auch mal das wasser da durch ne also wir müssen da wir sind so kein arzt aber wir sind wasser wir müssen da durch ne und ähm dann kommt es dann hin und wieder dann halt zur überschwemmung weil grundtippe tier einfügen und nun mal so als beispiel oder aber der mensch ist begierig nach irgendeinem bestimmten holz mäht dadurch ähm ganze tropenwälder nieder und hast du nicht gesehen das hat auch wieder auswirkungen auf natur in form von bestimmte tierarten sterben aus oder bestimmte baumarten sind vom aussterben bedroht ne und wenn man dann halt nochmal so in äh betracht zieht dass der mensch ähm das menschliche leben immer weiter hinaus zögert dass er immer dafür sorgt dass der mensch länger leben kann und quasi dadurch auch noch länger Einfluss auf die natur ausüben kann ist das äh finde ich ein bisschen bedenklich ne weil früher haben menschen halt nicht so lange gelebt menschen hatten in ihrem leben nicht ganz so viel zeit so viel Döniken zu machen noch dazu kommt menschen haben wesentlich länger zeit sich fort zu pflanzen das wiederum bedeutet die menschen haben immer mehr und mehr eine überbevölkerung ja und und der planet ist irgendwann nicht mehr groß genug oder ist es wahrscheinlich schon gar nicht mehr um noch mehr menschen zu beherbergen und das wiederum äh hat auf kurz oder lang dann halt auch wieder auswirkung auf natur weil jeder von diesen menschen will halt auch wieder irgendwelche tollen luxusgüter weil mensch und ähm deswegen beutet er quasi den planeten immer mehr und mehr aus und ähm ich frage mich halt so ein bisschen auch selbst inwieweit der mensch das wirklich halt so von natur aus gesehen das jetzt noch als evolution zu bezeichnen ist dass der mensch halt so lange lebt oder ob das einfach nur alles durch forschung quasi passiert ist und die forschung des menschen die intelligenz des menschen also soweit man das intelligent nennen mag ähm dann wiederum ähm gefährlich ist für die natur es ist halt äh alles finde ich sehr stark bedenklich ja weil sonst so keine Ahnung so früher das durchschnittsalter oder sowas was ein mensch werden kann war so um die 30 ja und danach war halt das leben vorbei so gefühlt und dann halt durch 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 äh Forschung in der medizin und haste nicht gesehen war es ja dann tatsächlich möglich dass menschen auch länger leben können teilweise werden sie selbst im im hohen alter dann noch am leben gehalten einfach nur keine ahnung für die krankenkassenbeiträge oder sowas was nochmal eine andere geschichte ist ne aber sie leben länger sie verbrauchen länger irgendwelche verbrauchsgüter ich weiß nicht inwieweit das wirklich gut ist immer ob der mensch eher halt so ein kurzes leben haben sollte also kurz was heißt hier kurz selbst 30 jahre ist schon ein langes langes leben verglichen mit vielen anderen lebewesen die naturell bedingt so und so lange leben und der mensch hat sich halt dann durch seine eigene Forschung so ein bisschen so angepasst oder nicht oder bin ich halt so vollkommen auf dem Holzweg und der mensch hätte auch so auch schon so lange leben können auf naturem wege aber ich bezweifle das irgendwie ne ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht also ich ich weiß nicht also ich will jetzt nicht sagen oh mein gott tötet jetzt alle menschen oder sowas nur der mensch sollte sich manchmal so ein bisschen mehr gedanken machen was er eigentlich für Auswirkungen auf alles hat ne das sollte man nicht vergessen aber der mensch sieht halt sein leben als geburtsrecht an und sein seinem wille nach irgendwelchen dingen die er teilweise gar nicht haben sollte menschen sind halt furchtbar immer und immer wieder ja das sind halt so gedanken die ich mir manchmal halt auf weg nach hause mache einfach mal ne drüber nachdenken was tun menschen was für eine auswirkung hat das was menschen tun naja was solls so ist es halt hier muss ich mir auch noch überlegen wie ich das hier irgendwann mal mit der beleuchtung mache hier wollte ich ja welche tüme wollte ich denn jetzt hier hin haben wenn ich das ja noch wüsste musste ich die folge dazu mal gucken oh gott eigene folgen gucken ist auch nochmal so ein so ein so ein ding der unglaubbarkeit manchmal denkt man sich einfach nur wenn man sich selbst mal spielen zu sieht so alter das hast du jetzt nicht getan alter das sieht man doch alter das hättest du anders spielen können ne und ja in vielen punkten hätte ich das manchmal auch aber ich hab's nicht manchmal ist es wirklich einfacher einfach nur jemandem beim spielen zuzuschauen selbst wenn es man selbst ist als selber zu spielen und dabei Let's Play aufzunehmen das macht ja auch immer noch einen Unterschied ob du halt irgendwie selber ein Let's Play aufnimmst oder einfach nur spielst oder einfach nur ne irgendwo zuschaust das sind so viele Faktoren die manchmal halt überall mit rein spielen die dann zum Spiel verhalten beitragen mag man sich vielleicht so aus der objektiven Sicht vielleicht gar nicht mal vorstellen vielleicht nicht mal durch die Subjektive vielleicht nicht mal durch die Subjektive ich weiß es nicht aber ihr könnt mir glauben es macht einen immensen Unterschied einfach nur zuschauen irgendwo merken was andere falsch machen einfach nur spielen oder halt sogar ein Let's Play aufnehmen weil du halt durch deine Konzentration so viel abgelenkt bist auf andere Geschichten das ist wow einfach nur wow ja aber haben wir gleich wieder eine Mauer hochgezogen soll noch einer sagen wir würden hier nicht vorankommen müssen wir halt dann bei Zeiten nur noch die ganzen Türme hier hochziehen und vielleicht hier nochmal ein bisschen Mauer einreißen um den Turm wieder hochzuziehen ja ja aber wir kommen voran wenn das nicht gut ist du dann weiß ich auch nicht so und jetzt hier einfach mal die Mauer wieder dicht machen ne die ganzen Zinn und sowas was da halt so ist und so das kommt halt dann später irgendwann das wird halt auch nochmal einiges an Zeit kosten leider aber wie ich schon gesagt habe wir nehmen uns einfach die Zeit einfach mal weil wir es können und mit unserer Fabrik da die jetzt munter vor sich hin brutzelt da sollte es auch eigentlich weniger ein Problem sein so warte, 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 warte ich hoffe wir haben noch genug Koppels hier dabei also Koppels sei schon ein Ziegelstein aber haben wir haben wir sehr schön so eins, zwei, drei okay eins, zwei, drei einfach nur damit die Mauer hier auch so weit hoch ist dass ich wenn ich hier dann von vorne nach hinten laufe oder sowas dann nicht wieder runterfalle das muss nicht sein das tut nur Fallschaden machen tun ja, ja so ist das so, dann kommen wir auch gleich schon wieder zum Ende der Folge von der Aufnahme sogar von heute geht das schon wieder alles so zügig, so schnell aber das ist sowieso etwas da habe ich in letzter Zeit wirklich starken Problem mit dass für mich einfach die Zeit der Zeit ähm, so schnell von dann zieht dass ich teilweise schon gar nicht mehr mitkriege wie schnell eigentlich die Zeit vergeht nur wenn man sich halt dann wiederum die Zeit nimmt mal zurück zu blicken wie viel Zeit vergangen ist dann hat man dann tatsächlich schon wieder so ein bisschen das Gefühl wie viel Zeit wirklich vergangen ist das macht Sinn da kann mir keiner mehr folgen ist mir egal ähm, jedenfalls manchmal hast du wirklich das Gefühl die Zeit rennt einfach nur weg weil du einfach in dieser Zeit die du hattest nichts schaffen konntest oder zumindest nicht so viel geschafft hast wie du dir vorgestellt hast es ist halt ja immer wieder furchtbar hui vielleicht sollte ich hier vorne auch nochmal so ein so ein Zaungatton oder sowas einfügen einfach nur als Sicherheit gegen Mobs ich meine bisher kam hier noch nichts rein ich glaube auch nicht dass da so viel passieren wird wenn wir es hier irgendwann nochmal vernünftig beleuchten und sowas aber die Möglichkeit besteht ne so dann nehmen wir nochmal ein paar Ziegel raus die Ziegel werden wir zwar auch erst in der nächsten Folge weiter verwursteln aber da haben wir sie schon mal dann müssen wir nicht nochmal in die Fabrik laufen zumindest nicht fürs erste und dann mal gucken da ist nichts mehr da ist noch ein bisschen was so dann dann begeben wir uns mal in der Aufnahmepause es wird auch schon wieder dunkel passend natürlich und dann mal schauen was wir nächste Folge machen ob wir da tatsächlich an der Dingens weiter werkeln wir könnten eigentlich es spricht ja eigentlich nicht so viel dagegen vielleicht gehen wir auch in eine ganz andere Ecke ich weiß es nicht ne so aber nur denn ich verabschiede mich dann jetzt hier an der Stelle wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Resttag viel Spaß weiterhin auf YouTube und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft bis denne bis zum nächsten Mal